Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Ich bin als Baby unterwegs und Kasper muss auf mich aufpassen, denn ich hab Hunger, Durst, bin müde und noch viel, viel mehr. Und heute muss er probieren, mich zu verpflegen, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von euch mehr sehen möchtet. Dreht auf jeden Fall einmal gerade so euer Handy, drückt nur auf die Glocke und jetzt viel Spaß mit dem Video. Baby Brox, was machst du denn hier draußen? Ich wurde ausgesetzt. Du würdest auch hier in den Gully reingehen, sag mal. Nein, ich wurde ausgesetzt, Hilfe. Ist klar, ist klar, ist klar. Zeig erstmal her, geht's dir denn ziemlich gut gerade, ja? Ich sehe, dir geht's eigentlich ziemlich gut. Eigentlich bist du doch zufrieden. Wieso, was ist los? Nein. Baby, komm her. Nein, mir geht's nicht gut. Wieso, was ist denn los, sag mal? Ich will nicht. Ich wurde ausgesetzt auf der Straße. Nein, alles, du bist ein Storchenbaby. Wir können von mir aus, kannst du hier auch ein bisschen spielen, wenn du willst. Darf ich im Sand spielen? Ja, buddeln ruhig ein bisschen rum, aber ich passe hier ein bisschen auf. Du siehst, es ist schon Nacht, ne? Ja, ja, ich sehe das gerade. Nachts laufen hier auf jeden Fall ein paar komische Gestalten rum. Okay, dann baue ich jetzt ein bisschen was. Guck mal hier. Wow. Eine Sandburg. Sag mal, gar nicht schlecht, du. Das ist gut, ne? Cool. Cool. Guck mal, wie cool. Und ich kann sogar hier reingehen. Okay. Da gehst du nicht rein. Nein, ach man, no. Oh, komm mal, lieber mit. Du darfst von mir aus noch ein bisschen schaukeln. Ja. Aber dann reicht es, dann reicht es auch, okay? Okay. Sag mal, ist die Schaukel kaputt oder was ist los? Die Schaukel ist kaputt. Na gut, dann kommen wir hier rein und sind hier zu uns safe hier draußen. Ich möchte mal rutschen draußen auf der Holzrutsche. Also, das können wir gerne morgen machen. Aber von mir aus kannst du jetzt hier mit dem Flugzeug spielen. Siehst du das? Wenn du willst, hast du dann noch ein bisschen rumspielen. Guck mal. Oh, das geht aber schön. Guck mal, gar nicht verkehrt, du. Daufe Spielzeug. Kannst du auch hier ins Haus rein? Ich guck mal, ich guck mal. Oh, 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 oh. Nee, ich kann leider nicht ins Haus rein, aber. Okay, okay. Hä? Geht es dir denn noch gut, Proxo? Proxo, wo bist du denn? Hallo, ich denke, ich sehe dich da nicht hinter dem Teddy. Nein, oh, man, oh. Oh, 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 oh. Oh, ich checke mal durch hier. Dir geht es immer noch ziemlich gut. Das ist doch gut. Wir können, hast du eigentlich Durst? Ich habe Durst. Kaufen wir da irgendwas beim Shop oder so. Ich habe Durst. Mhm, okay. Ich gehe mal hier hin. Gibt es hier irgendwas Leckeres hier? Pass auf. Ja, genau. Du kannst es hier beim Shop. So, okay. Und was willst du denn haben? Ich könnte, hättest du Bock auf Schokolade oder ein Eis? Willst du ein Eis haben? Hm? Na komm, ich kaufe dir ein Eis. Proxo. Baby Proxo. Baby Proxo. Wo bist du? Wo bist du hingelaufen? Freiheit. Freiheit. Juhu. Ey, nein. Hey. Ey, Manu. So ist brav. Danke, dass du mir geholfen hast. Manu. Das ist ja wirklich... Oh, du kommst her jetzt. Sag mal. Ich habe da extra ein Eis für dich besorgt und du willst hier abhauen oder was? Ja gut, dann will ich jetzt ein Eis haben, okay? Dann setze ich mal hier hin. So, hier, komm. Ja. So, hier, darfst du was von dem Eis haben. Hier, schmeckt das gut? Okay. Äh. Mhm. Ja. Schmeckt in Ordnung, muss ich sagen. Wir können von mir aus hier... Komm, ich hole dir auch noch eine Freundin. Hier. So, alles klar. Mach so. Ja. Du bleibst... Du setzt dich hier... Guck mal, die sind hier am heulen, sag mal. So. Jetzt... Hallo, jetzt kommt doch mal mit hier, Mann. Warte mal. Ich möchte hier mit dem Nudelholz spielen. Oder... Oder mit... Nein, ich möchte Milch haben. Hier setzt dich zu den beiden Mädels. Ich mag den nicht. Aber mit dem Mädels kannst du dich zu den beiden Mädels setzen. Ich mag keine Mädchen. Wieso ist das denn nicht? Weiß ich nicht. Hier ist ein Gameboy, damit darfst du zu den auch spielen. Aber... Ne, ne, darfst du auch nicht spielen. Ey, nein. Ich wollte mit dem Spielzeug da gerade spielen. Nein. Nein, 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 nein. Das gibt's hier nicht. Das gibt's hier nicht. Bitte lass mich runter. Ja, ich setz dich hier hin. Ich muss ganz kurz einmal mit deinen Eltern telefonieren. Du kannst gerne mal... Hä? Hey. Du hast Durst dich gerade. Ich will spielen. Du willst nicht spielen. Du hast einfach nur Durst. Ich will spielen. So, Babybrock, so. Hau mal mit. Wir holen dir einfach mal was zu trinken. Hier runter. Ich will spielen. Ja, du kannst ja gleich spielen. Dir geht's gleich schon wieder viel besser. Nein. Doch, hier. So. Was ist das? Okay. Ich setz dich hier mal hin. Du bleibst bitte da drin. So, setz dich da mal rein. Hey, wie war das so? Hey. Hey, mach mal. Setz dich bitte mal auf den Stuhl da. Okay, okay, okay. Also, setz dich da bitte hin. Ja. Ja. Oh. Wieso kann ich die nicht hinsetzen? Lass mich doch raus. So, jetzt bleibst du bitte kurz da. Die Milch wird hier schon vorbereitet, ich sehe es gerade. Ich muss auf dem Boden sitzen. Hilfe, ich werde entführt. Nein, der gibt dir Milch. Das ist ein Kollege von mir. Der ist gut, der ist gut. Keine Sorge. Na gut, okay. Eigentlich sollte es dir doch jetzt schon wieder besser gehen, oder nicht? Ne, ich bin erschöpft. Okay, warte mal, dann nehme ich dich mal. Okay, zeig mal her da. Ich brauche Milch. Du bist ja immer noch durstig. Ich brauche Milch. Du hast ja doch gar nichts bekommen. Nein. Na gut, komm. Her, Broxo, komm mal her. Ich hole mir hier die Milch. So, mache ich hier fertig. Okay, hier noch so ein bisschen da rein. Alles klar. So, aber irgendwie willst du die Milch gar nicht trinken, oder was? Magst du die nicht vielleicht? Doch, du musst mich damit füttern. Ja, aber ich... Die scheint kaputt zu sein, oder sowas. Wie kann die Milch kaputt sein? Ich habe Durst. Ja, die kommt ja jetzt. Die kommt da jetzt. Wääh. 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 Der besorgt dir da gerade die Milch. Der macht jetzt fertig. Ich mag ihn nicht. Ich gehe jetzt weg von dir. Ah, jetzt hier. Ja, Broxo, komm her. Ich habe die jetzt hier. Jetzt will ich nicht mehr. Ach, komm mal her. Hier, komm. Hast du jetzt mich? Alles gut. Alles gut. Ja, dir geht es doch schon wieder ein bisschen besser, ja? Schon viel besser. Oh, sag mal, aber ist doch was anderes mit dir los, oder was? Nein, alles gut. So, lass mich mal durchchecken. Okay, jetzt geht es dir doch schon. Jetzt können wir auch ein bisschen spielen, wenn du willst. Können wir draußen rutschen? Ja, okay. Ist jetzt ja auch schon wieder Tag. Von mir aus können wir draußen rutschen. Wir können auch in den Park gehen, wenn du willst. Park wäre auch cool. Ja. So, ich bring dich mal hier hoch, so. Ja. Okay. Okay. Dann zeig mal, wie toll du rutschen kannst. Links oder rechts? Da, hier vorne. Ich fang dich auf hier unten. Pass auf. Okay. Sag mal. Hey, Baby in Führung. Was macht der denn? Ah, er hat mich runtergeworfen. Au. Geht's dir gut? Geht's dir noch gut? Ja. Mach's Baby Brock so. Komm, wir gehen in den Park, der ist hier zu blöd. Ja, der verfolgt uns hier die ganze Zeit. Der soll abhauen jetzt einfach. So, komm mal mit hier. Genau, lass mal in den Park reingehen. Wir können hier, guck mal da rechts siehst du den Park. Wir können hier auch noch ein paar Sachen angucken. Kannst du dir ein Haus kaufen? Hm. Wollen wir uns mal eins angucken, einfach so? Ja, guck mal. 200 Coins, da kannst du das... Oh, guck mal hier, das wäre unser eigenes Haus. Cool, das wäre richtig cool, sag mal. Für 200 Coins kannst du das mieten. Ich guck mal, ob ich das... Ja, okay, dann pass auf. Ich würde sagen, ja, ich hab's gemietet. So. Ich will auf dieses Schweinchen-Dings rauf. Dann komm mal her. Warte mal, hier ist noch ein Baby. Deal. Sag mal, wo kommt die... Ey, die hat hier eine Babytür, da komm ich nicht durch. Was? Ey, die ist durchgezogen. Oh. Mach schon hier irgendwas. Hast du denn die Windeln gerade gemacht? Nein. Nein. Sicher nicht? Nein. Du hast ja die Windeln gemacht, du Ferkel. Nein. Du bist ja so eine Sau, du. Habe ich gar nicht. So, okay, dann brauchst du jetzt erstmal eine neue Windel. Es kam nur von der Milch. Ja, ja, so, pass auf. Ich kann nicht dafür. Ja, mein kleiner... Alles gut, alles gut. Also, pass auf. Ich packe dich da hin. So, ich nehme hier mal eine Windel von hier oben. So, habe ich. Und jetzt komm mal her. Ich muss wieder auf den Wickeltisch legen. Komm mal her, mein kleiner Babybroxo. So. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Okay. Und so. Beine hoch. Und jetzt kriegst du eine neue Windel. Beine hoch. Äh. Was ist denn das für ein Gestank? Das ist ja mega reudig. So, jetzt sollte es hier aber wieder besser... Waaah. Wieso bist du denn immer noch am Heulen? Weil du gesagt hast, ich bin reudig. So, komm. Komm. Du musst doch mal auf Klo, oder? Mhm, 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 mhm. Nee, dir geht es gut. Ich habe Hunger. Du bist hungrig. Jetzt will ich ganz viel. Ich bin ein nerviges Baby. Oh mein Gott. Du bist ja einfach nur... Also, das glaube ich nicht. So. Komm, hier. Und nee, es geht nicht so gut. Hier, ich habe was zu essen dabei. Komm her. Dann kriegst du... Dann kriegst du... Kommst du wohl her. Ey, wie workst du? Ich habe den Stuhl am Mund. Du kommst her jetzt. Also. Ja, ja, ich weiß. Ich muss nur kurz gucken, wo ich dir was zu essen gebe. Ich glaube, du musst dich dafür da hinsetzen. Mir geht es nicht so gut. Wie dir geht es nicht so gut? Mir geht es nicht so gut. Okay, wie du willst, wie du willst. Ja, ist doch kein Problem. Ich kann auch hier einfach gerne mal... Kommst du jetzt mal her? So. Pass auf. Wir gehen rein. Und dann werde ich dich in so einen Stuhl setzen. Und dann kriegst du auch was zu essen, Box. Dann geht es dir auch wieder besser, ja? Aber ich brauche irgendwie... Weiß nicht. Mir geht es nicht so gut. Wie dir geht es nicht so gut? Ich glaube, ich bin krank. Ja, okay, okay. Warte mal. Dann bringe ich dich hier einfach am besten mal zum Arzneiraum. Komm, da bringe ich dich gleich hin. Ja. Oder ich bringe dich jetzt dahin hier. Komm. Also Medical Center. Setz dich mal dahin hier. Du setzt mich rein. Okay, so. Und... Ja. Also, ich hole kurz mal ein bisschen Medizin hier. So. Alles klar. Also, komm mal her, Brock. So. Du kriegst hier ein bisschen Medizin. Und... Warte mal. Ich habe doch jetzt die Medizin schon aufgesammelt. Sag mal. Wieso kann ich dir das nicht mehr geben? Aus dem Schrank da raus? Aus dem Schrank. Aha, jetzt hier. Okay. Verhandeln. Ah. Ist ja gut. Ah. Ist ja gut. Ist ja gut. Mano. Dir geht es doch jetzt schon wieder viel besser, oder was? Nein. Brauchst du noch mehr Medizin? Mir geht es immer noch schlecht. Du brauchst eine Spritze, glaube ich. Nein, ich will keine Spritze. Ich glaube, du brauchst eine Spritze. Nein. Hey. So, komm mal her hier. Nein. Nein. Okay, 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 okay. Nein, bitte nicht. Alles klar. Ich möchte doch keine Spritze haben. Jetzt bin ich auch noch dreckig. Ja. So, da ist die Medizin für dich. Ist ja gut. Das ist nur ein bisschen Hustensaft. Alles gut. Na gut. So. Das sollte doch wieder klar gehen, oder nicht? Mhhh. Ja, ist ja gut, mein Kleiner. Ich bin hungrig. Was geht jetzt noch? Ich bin durstig. Ich bin dreckig. Oh mein Gott. Was bist du denn alles? Oh mein Gott. Ich bin alles. Ist ja gut. Ich kümmert sich gar nicht gut um mich. Ich bin auch überfordert mit dir, Mann. Ich bin mit dir einfach überfordert. Du kümmert sich gar nicht gut um mich. Komm, ich bade dich ein bisschen. Ich dachte, ich wäre ein guter Babysitter. Nein. Aber mit so einem hellen Baby. Nein, du bist einfach blöd. Mit so einem hellen Baby. Kann man doch einfach nicht mehr. Kann man nur verzweifeln. Okay, komm mal her. Was hast du denn jetzt noch für Probleme? Du bist noch hungrig und durstig. Ahhh. Das ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem. Ich hab Hunger. Ist doch alles gut. Ja, ja. Ist doch gut. Ist doch gut. Also, hier. Also, kriegst du erst noch was zu essen. Hier für dich. Sehr schön. Schmeckt dir doch, oder? Schmeckt das gut? Das schmeckt gut. So soll das auch sein. Das ist echt gut. Das ist lecker. Okay. Ah, ich hab immer noch Durst. Das glaube ich nicht. Ah. Okay, dann mach ich hier mal kurz eine... Ja, ist ja gut. Du kommst ja gleich dran. Hallo. Ich mach hier kurz mal eine Milch fertig. So, und... Ah. Hey. 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 Los. Hey. Ja, ich hab sie. So, komm mal her. Und jetzt kriegst du hier noch die Milch. Hier, Brox, ist ja gut. Ja. Ist ja gut. Sag mal, ne? Oh. Gibt doch gar nichts, wieso du weinen musst. Oh. Ist doch alles entspannt. So, musst du jetzt noch mal gewaschen werden? Kannst du mir aus dem Automaten eine Cola holen? Wenn du willst, kann ich dir auch eine Schokoladentafel holen. Was willst du lieber? Eine Cola. Cola oder Schokolade? Okay, eine Cola. Das ist doch kein Problem. So, setz dich mal da hin. Und eine Cola. Okay, hier. Kauf ich. Hab ich gekauft. Sag mal, hast du dir eine eigene gekauft? Oh. Lecker. So. Dann würde ich doch mal fast sagen. Hier. Du kriegst jetzt erstmal einen Schnuller rein. Nein. Oh Gott, ich trinke dir hier selber die Cola. Ja, die habe ich selber gebraucht, Broxo. Die habe ich selber gebaut. Dann kaufe ich nochmal hier eine Schokolade. So. Lollipop. 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 Ja, einen Lolli darfst du auch. Ja. Er bringt dich ins Bett. Er bringt dich ins Bett. Alles gut. Nein, ich will noch nicht schlafen. Du bist doch müde, sag mal. Du bist doch müde, Broxo. Ach, Baby, Broxo. Schlaf schön. Das war's von dem Video gewesen sein. Wer es euch gefahren hat, dann seht ihr auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall einzeln bei mir aus. Einfach gerne draufklicken. Und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.